Mobilität in Polen. Wohin geht die Reise und wie können steirische KMUs davon profitieren? Wie mobil sind polnische Arbeitskräfte, insbesondere Fachkräfte? Die Zahl der Migrationswilligen hat dramatisch nachgelassen, weil viele schon weg sind. Großbritannien, Deutschland, Irland, Norwegen, auch in Österreich. Und die gute Konjunktur im eigenen Land doch auch bessere Verdienstmöglichkeiten zu Hause bringt. Auch gewisse Sozialmaßnahmen der Regierung haben dazu beigetragen, wie zum Beispiel die 500-plus-Kinderbeihilfe oder Wohnbauförderungen. Wenn die Prognosedaten für 2018 lauten, BIP wächst um 4,5 Prozent, Arbeitslosenquote unter 5 Prozent und damit niedriger als in Österreich, Lohnsteigerungen um durchschnittlich 5 bis 7 Prozent und trotzdem niedrige Inflation, dann wird es schon schwer, jemanden für einen Job im Ausland zu begeistern. Im Gegenteil, schon heute leben und arbeiten mehr als eine Million sogenannte Flüchtlinge aus der Ukraine in Polen. Welche Chancen haben Unternehmen in Polen? Die Infrastruktur wird derzeit ja stark ausgebaut. Sie bessert sich überall mit Riesenschritten. Dabei spielen EU-Förderungen eine wichtige Rolle und Polen ist in diesen Töpfen Europameister. Bei den großen Brocken wie Autobahnen, Eisenbahn, Flughäfen und Wassertransport dominieren große Konzerne und Konsortien. Aber auch diese brauchen Sublieferanten oder interne Dienstleistungen, also KMUs. Noch mehr Chancen gibt es in den Bereichen urbane Technologien, Smart Cities und IT. Da können durchaus auch kleinere, innovative Unternehmen als Berater und Lieferanten zum Zuge kommen. Wichtig ist aber jedenfalls, dass man sich selbst vor Ort umschaut und eine lokale Partnerschaft aufbaut. Dann können die Förderungen auch im Kleinen fließen. Und gibt es in Polen auch einen Plan für E-Mobilität? Der seit Jänner amtierende neue Premierminister Morawiecki hat sogar höchst ehrgeizige Pläne. Bis 2030 sollen im Lande eine Million Elektroautos produziert werden. Und natürlich muss dann auch die nötige Basis für Ladestationen und Servicewerkstätten vorhanden sein. Dazu möchte man sich aber nicht mit den großen Automultis verbandeln, sondern Know-how und Technologie von unabhängigen Drittstaaten erwerben, wie zum Beispiel Österreich. Wir haben bereits sehr konkrete Anfragen bearbeitet. Eine Delegation des Arzes Tyria, der WK Steiermark, Sparte Außenhandel, wurde schon organisiert. Und da gehören auch nicht nur die großen Unternehmen wie AVL oder Magna, sondern auch die KMUs dazu. Ja, wir haben den polnischen Politikern und Clustermanagern sogar gesagt, eine Riesenfabrik auf der grünen Wiese wird lange nicht wirtschaftlich sein. Beginnen wir lieber beim Umrüsten oder Neukonzipieren von Traktoren, Autobussen, Wohnwegen in Kleinserien, wo wir gut zuliefern und uns gemeinsam weiterentwickeln können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017